Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste, im letzten Jahr erreichten viele von uns Zuschriften von jungen Familien und Senioren. Der Tenor war immer derselbe. Meine Bank hat mir den Kredit für den Kauf oder den Umbau meiner Immobilie verweigert. Was ist passiert? Seit März 2016 gilt in Deutschland eine neue EU-Richtlinie, die die Vergabe von Wohnimmobilienkrediten verschärft. Die Richtlinie wurde in der EU als Reaktion auf die spanische Immobilienkrise beschlossen, die durch zahlreiche leichtfertig vergebene Kredite verursacht wurde. Banken müssen seither ihre Kreditnehmer vor Vertragsabschluss besser informieren. Außerdem wurden undurchsichtige Kopplungsgeschäfte, bei denen ein Darlehen nur in Verbindung mit anderen Finanzprodukten ausgegeben wurde, eingeschränkt. Diese Neuerungen waren gut und richtig, und sie dienten dem Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher. Neben dem Wert der Immobilie müssen Banken andere Faktoren wie etwa das Einkommen des Kreditnehmers oder die Verschuldungsquote künftig verstärkt berücksichtigen. Leider hat die zu weitgehende Umsetzung des deutschen Recht durch Bundesjustizminister Maas zur Folge, dass gerade Altersgruppen mit weniger berechenbarem Einkommen zunehmend Schwierigkeiten hatten, einen Hauskredit zu bekommen. Herr Staatssekretär Kelber, wenn Sie sagen, das war ja alles so nicht gemeint, dann kann ich nur sagen, in einem Rechtsstaat ist es eigentlich üblich, dass man das, was man meint, ins Gesetz schreibt. Und ja, wir haben dem zugestimmt, wir haben einen Fehler gemacht und wir werden den Fehler korrigieren. Aber wir behaupten nicht, dass das, was bisher geregelt war, richtig ist. Dann bräuchten wir das Gesetzgebungsverfahren nicht. Wir wollen, dass junge Familien oder ältere Menschen Kredite bekommen für den Umbau, für die Renovierung ihres Gebäudes. Und wir wollen, dass, was Herr Staatssekretär Kelber offensichtlich auch meint, tatsächlich im Gesetz steht, um Rechtssicherheiten für Banken und Verbraucherinnen und Verbraucher herzustellen. Und wir sind, ähnlich wie Herr Dr. Schick, auch noch nicht zufrieden mit diesem Gesetz. Wir glauben nämlich, dass auch in diesem Gesetz Anschlussfinanzierungen geregelt werden müssen. Es kann nicht sein, dass dann, wenn eine Anschlussfinanzierung ansteht, falls es zu einer Krise käme, wir diese Krise verschärfen, indem bei Anschlussfinanzierungen Veräußerungen notwendig sind. Also auch da haben wir erheblichen Diskussionsbedarf. Dafür dient ja dieses Gesetzgebungsverfahren. Wir stehen ja heute erst am Anfang. Was ist der zweite Teil des Gesetzes? Der Teil, der dem Gesetz den Namen gibt. Der Ausschuss für Finanzstabilität, dem auch BaFin und Bundesbank angehören, ist der Meinung, dass es Handlungsbedarf gibt hinsichtlich der Aufsicht, falls es theoretisch irgendwann zu einer Immobilienkrise kommen könnte. Um es deutlich zu sagen, weder die Bundesbank noch die BaFin sehen aktuell eine solche Krise. Beide empfehlen aber, Instrumente einzuführen, bevor eine schwierige Situation wirklich akut wird. Herr Staatssekretär Meister hat das mit dem Feuerwehrknopf eben dargestellt. Ich teile diese Auffassung, dass wir Instrumente haben müssen, bevor eine Krise ernst wird, weil wir auch intensiv darüber beraten müssen, wie solche Instrumente aussehen können. Die BaFin soll handlungsfähig gemacht werden und neue, zielgenaue Instrumente zum Kampf bzw. Bewältigung einer eventuellen Immobilienkrise zu bekommen. Die BaFin soll Kreditgebern bestimmte Mindeststandards für die Vergabe von Neukrediten für den Erwerb oder den Bau von Wohnimmobilien vorgeben dürfen. Die genauen Festlegungen hierzu sollen aber in einer umfangreichen Verordnung geregelt werden, die noch in der Bearbeitung ist. Herr Dr. Schick, ich wundere mich, dass Sie den Gesetzentwurf schon bestätigen und verteidigen, obwohl Sie noch gar nicht wissen, was tatsächlich geregelt ist. Denn die konkreten Details werden in einer sehr umfangreichen Verordnung dargelegt werden. Und wir haben dringend darum gebeten und ich danke dem Staatssekretär, dass er dem auch zugestimmt hat, dass wir im Gesetzgebungsverfahren auch erfahren, was in dieser Verordnung steht. Denn erst dann können wir tatsächlich die Auswirkungen auf Banken beurteilen und auch die Auswirkungen auf einen Verbraucher. Denn es ist ja eine Milchmädchenrechnung zu glauben, wir könnten bei Banken immer weiter regulieren und es hätte für den Verbraucher keine Auswirkungen. Natürlich hat das die Gefahr, dass Kredite für den Verbraucher teurer werden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns genau ansehen, was in dieser Verordnung steht. Aus meiner Sicht muss in dieser Verordnung geregelt sein, was ein normaler, vernünftiger Kaufmann sowieso tun würde. Und deshalb sind auch nicht alle Banken der Meinung, dass dieses Gesetzgebungsverfahren für sie schwierig ist. Ein verantwortungsbewusster Banker würde in einer Krise natürlich darauf reagieren. Und wir müssen sicherstellen, dass alle Banker sich so verantwortungsbewusst verhalten. Und deshalb werden wir am 8. März in einer Anhörung mit den Betroffenen hoffentlich auch die Verordnungsgegenstände diskutieren und dann feststellen, ob dieses Gesetz tatsächlich das bietet, was wir hoffen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir besser innerhalb Deutschlands diese Instrumente zur Verfügung stellen, als es erneut der EU-Kommission zu überlassen. Denn was passiert um uns herum? In 18 anderen europäischen Staaten gibt es diese Instrumente schon, die Aufsichtsinstrumente. Und wenn wir nicht haben, dann besteht die Gefahr, dass die EU-Kommission eine europäische Regelung vorschlägt, die mit Sicherheit dann wieder nicht, wir haben die Erfahrung ja, die Besonderheiten des deutschen Kreditmarktes, die deutsche gute Kreditsituation nicht berücksichtigen werden. Also es ist besser, wir machen es innerdeutsch. Und deshalb begeben wir uns auf den Weg, dieses Gesetz zu diskutieren. Und es ist ja auch nicht so, dass die BaFin bisher keine Instrumente hätte, um in einer Krise einzugreifen. Natürlich könnte die BaFin einer Bank bestimmte Kreditobergrenzen auferlegen. Aber das hätte den Nachteil, dass dann alle Branchen betroffen sind, obwohl vielleicht mittelständische Produktionsunternehmen gar nicht in Schwierigkeiten sind. Auch deswegen glaube ich, wir sollten uns sehr intensiv angucken, ob wir für den Immobiliensektor konkretere, spezifische Instrumente brauchen. Ob dazu dieser Gesetzentwurf der richtige Weg ist, werden wir nach umfangreichen Beratungen entscheiden. Wir werden nach der Anhörung uns dazu positionieren. Und Herr Dr. Meister, selbstverständlich, wie immer, können Sie darauf sicher sein und damit rechnen, dass wir konstruktiv dieses Gesetzgebungsverfahren begleiten. Das beginnen wir heute und werden es zu einem guten Abschluss führen. Herzlichen Dank. Herr Spahn. Danke, Frau Tillmann. Ja, Herr Meister hat sich entschuldigt. Also der hier Sitzende ist nicht Herr Meister verjüngt, sondern ist Herr Spahn. Aber er nimmt alles mit und wird es dem Staatssekretär weitergeben. Nächste Rednerin, danke Frau Tillmann. Nächste Rednerin Nicole Maisch für Bündnis 90 Die Grünen.